Und damit schauen wir auf den Nahost-Konflikt. Hilfsorganisationen warnen vor einer drohenden Hungersnot. Im Gaza-Streifen nach Angaben des Chefs des UN-Nothilfebüros herrscht dort der blanke Horror. Das Gebiet sei unbewohnbar. Aus Sicht Israels jedoch gibt es genügend Nahrungsmittel. Hilfsorganisationen müssen allerdings dringend ihre Kapazitäten ausweiten. Unterdessen gehen die Gefechte zwischen der israelischen Armee und der Hezbollah im Libanon weiter. Mit Kampfjets bombardierte Israel erneut militärische Einrichtungen der mit dem Iran verbündeten Miliz. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensenderwelt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken. Gehen. Dann sehen wir mal darauf, packende Hut und die Zukunft kor